Heeeeya Willkommen zurück zu KymnC2 zur Fortsetzung Wir spät beim letzten Mal haben wir eine Patrouille mit Show gemacht und waren in einer Lagerfabrik und haben danach anschließend die Neemission der folgte Professor gemacht wo wir Zeitbomben entschärfen mussten bevor sie explodieren haben wir ja in der letzten Sekunde mehr oder weniger geschafft und können wir weitermachen wie der IJoghurt hier wo wir mittlerweile auch erfahren haben, dass uns Jule treffen möchte um uns Antworten zu geben was das für Antworten sein werden werden wir später erfahren erstmal gehen wir zum Kaufroboter Ach komm her Willkommen zurück zur KymnC2 und ja 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 brauchen wir da nichts kaufen ähm ja weil wir nicht genug Geld haben für den zum Beispiel und wir sonst halt nichts kaufen müssen aktuell und ja wir sagen wir fangen mal an mit den Gesprächen am besten mit ihm hier was er zu sagen hat nachdem eine Tate für strategische Bedeutung erklärt wurde darfst du auch dort hingehen ich bin zu länger dort das ITS noch nicht einmal frei funktioniert können wir niemanden nach Samplei schicken ok das ist aber schlecht nach wie vor äh die Menace tauchten gleich nach der Botschaft bei Jules auf das muss irgendeine Falle sein aber wir können diesen neuen Haufen Menace nicht einfach freie Bahn lassen bestimmt selbst wenn es eine Falle ist haben wir keine andere Wahl als sich da runter zu schicken bitte kehre halt zurück ja ok Scho ich hörte dass Samplei es in großer Gefahr ist und Präsident Shami hat sich so angestrengt ich wusste es wir brauchen irgendeine Art Geheimwaffe was für eine Geheimwaffe haben wir da irgendeine Alternative zu uns zwischen mir und Faye und Finney oh da ist Scho heute sieht ja gut aus über was soll ich mit ihm reden wie wärs mit Schami ist neulich in Ohnmacht gefallen machst du dir Sorgen um sie ah das ist gut hab ich etwas auf der Nase äh nein Schuld ist nur mein Herz dass ich nach dir sehnt ha 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 ah dir kann das nur leid tun ne aber du hast das heute so angesehen nicht ausspricht was es fühlt es bringt das alles nichts hier irgendetwas stimmt nicht mit diesem Viol ich bin neugierig auf diese Antworten aber sei vorsichtig natürlich vorsichtig sein live.de was denkst du denn eine große Gruppe Menace wurde im Hauptbereich der Forschungsanlage von Movindo gesichtet was was passiert hier ist das die Quelle der aller Menace ich denke nicht von Geburt an besetzen die Menace feste Rollen um diese zu erfüllen verändert sie sich und passt die Umgebung an die Mehrheit dieser Angriffsfähigkeiten um die Spezies zu beschützen und vom Aussterben zu bewahren zu diesem Zweck entwickeln sie sich Gebrauch von Umgebung und Ressourcen maximieren mit dem Ziel eine vollkommene Rasse zu schaffen das sind die Menace ok die Menace strukturieren und gruppieren sich immer wieder neu wenn es weiter geht dann sind wir erledigt mach dir du machst dir zu viele Gedanken drum du denkst mir mal zu sehr dass wir verlieren könnten das ist doch unmöglich wir sind immer an das Spiel müssen wir auch zum Ende kommen zum guten Ende siehst du diesen Mann da drüben er untersucht dir eine Mali diese Menace wenn du die Exemplar ermöglichtest die einen gibt dann wirst du eine Hilfsbelohnung erhalten versuch's mal wenn du ein bisschen Freizeit hast oder Geld brauchst brauche ich immer Freizeit brauche ich auch immer immer wunderbar du hast Proben einige Proben der aktuellen Species ja und zwar 94 Königsechsen gesammelt zur Abwechslung mal wir entwickelte Killerechse sie ist flinker und besitzt eine stärkere Zungen-Zang-Zang-Attacke macht Ausfallsschritte nach hinten 2000 T ausbring das nimmst du mir irgendwie Proben an ja natürlich kann man immer gebrauchen so ne Summe hm hey du hast ein Blueschimmer meine Blueschimmer Sammlung wächst nimm dies Medixier 3 erhalten aber ich brauche immer noch mehr Blueschimmer bring mir noch ein paar Medixier 3 erhalten was ist ein Medixier 3 was ist das ähm Medixier 3 das Geld an der TP und der NP vollständig her das ist ja auch ne nette Sache ja auch nicht so schlecht ne so ok ah gehen wir mal geradeaus gehen wir mal geradeaus ja rennen wir mal gerade durch und dann arbeiten wir uns von dort lang bis zum Mittelteil wieder vor was ist hier los das ist Übungsraum wenn du Kunst zu kämpfen lernen willst dann frag die Typ da drüben ok es gab eine Menge Berichte über Soldaten die infiziert wurden und daraufhin ihre steht Infizierten deshalb ist die Panik groß neulich wurde ein Soldat von anderen eigenen Nachbarn erschossen sie waren sich nicht mal sicher ob er infiziert war oder nicht das ist echt schlimm diese Situation wahrscheinlich machen die Männer jetzt gar nichts die bringen uns jetzt alle selber um hier die Menschheit bringt sich hier selber um so siehts aus willst du das toll ausprobieren? nein ich wollte nur mit dir reden damit du dich nicht ausgegrenzt fühlst du sollst dich ja nicht ausgegrenzt fühlen hier im Spiel nein nein ihr Bein Turteltauben das bringt mir hier alle Zeiten zurück willst du mir ein bisschen in Erinnerung schwenken Scho? ja ich rede über die Gegenwart für was willst du reden? über die Gegenwart nicht über was war was war ich weiß nicht hab ich ja selbst miterlebt hey Scho darf ich dich was fragen du magst keine Mädchen die ein bisschen Haut zeigen oder? ähm das ist mir egal ja keine Sorge es soll unser kleines Geheimnis sein ich verspreche es nicht leicht die oder Finete sagen komm schon trau dich und sag gerade heraus dass du keine Mädchen magst die sich so anziehen naja ich hab auch gerne also Auge das Auge ist ja auch mit also warum nicht versuchst du nicht mal nochmal so umzuziehen vielleicht will das ja dann auch was so unwahrscheinlich aber hey ich würde mir fragen kann man sich trotzdem mal angucken ich hab mich doch nicht da ja eigentlich ich hoffe irgendwann dass Schojas total treu ist für mich wäre sie auch keine ich tassi auch keine Alternative sowas zu machen aber naja wer weiß jeder Charakter ist anders ne andere sagen ja nichts dabei vor allem wenn mit viel Haus zu sehen ja gut wenn man schwimmen geht kann man das natürlich auch machen fordere nicht viel von Shami wie du weißt wäre sie schon mal fast gestorben bei dir klingt das als wäre sie eine Art Zombie du hast es ihr angetan wie ich sehe halte mir meinen Ruf voraus wir haben ihr nichts angetan ich bin über Violas Einladung besorgt selbst wenn ich versuche dich aufzuhalten wirst du gehen als versuche ich es gar nicht erst wenn du gehst dann sei bitte vorsichtig was wolltest du mich eigentlich fragen hey du hast ja zu Zeit wissen ähm ich red mit dir gleich nochmal Viola hat sich in letzter Zeit rar gemacht du hast sie vergessen oder nein habe ich nicht ich erinnere mich nur dran an die Begegnung am Anfang des Spiels in Zeiten wie diesen solltest du mich fragen ich habe nicht alle Antworten aber hier wenigstens ein paar was hast denn für Antworten hey du hast ja zu Zeit wissen aber weißt du mal was Neues über Viola hast du doch noch Neues rausgefunden oder irgendwas anderes hier in der solchen Zeit ne was gibst du noch Viola dann gib mir mal Informationen bitte Viola ein silberhaariger Mann in schwarzer Rüstung und mit einer Maske der große und bekannte er legte den Trampeltyrann und dieser ließ eine Warnung ich frage mich ob er auf unserer Seite steht er ist ein Feind er muss einer sein sieh dir nur mal an wie er angezogen ist er sagt dass er länger in der Kasse aber ich weiß dass er irgendwas verbirgt vielleicht werden wir das jetzt erfahren gibt es noch irgendwas was du wissen willst nein ich habe nichts Neues erfahren das ist das Problem ihr habt nichts Neues erfahren also gibt es da nichts ja ok ähm ja können wir mal mit Finney reden Finney ja ich habe davon gehört ja es ist wahr Professorin Uth hat mich aufgezogen um aus mir dein Gegenmittel zu machen und dich zu töten wenn es denn sein muss was du wusstest es also ja ich habe vorgegeben nichts zu wissen aber je länger ich das tat desto unglücklicher wurde ich aha also hat die Enkelin doch recht gehabt das ist ja interessant willst du dich wie viel wechseln das haben wir so wie nebenbei mal erzählt wird ne ja das Video haben wir im Spiel von wegen der Angriff auf diesem Beispiel haben wir auch nicht mitgekriegt wo auch immer unerwähnt und Dialogen warum warum wird das nicht in der Zwistlik-Könste verarbeitet oder so ja damit das bisschen mysteriöser wird damit Vio oder auch dies angreift wo wir es auch richtig sehen und so aus damit dramaturgischen Gründen warum ist das so warum warum wird da alles warum wird sowas hier halt nur textlich erzählt oder erwähnt was will ich denn hier eigentlich schon ich will erstmal anders hin ja dann geh mal da hin ja sicher pennt würde ich sagen ne ja zu ihm hier halt hier bleib hier siehst du diesen Mann da drüben er untersucht dir eine Malie diese Menace wenn er die Exemplare vernichtet sie angibt dann wirst du eine Hilfsbelohnung erhalten versuch's mal wenn du ein bisschen Freizeit hast oder Geld brauchst ach ok werde ich nun mal mit ihm du hilfst mir großartig dieses Jack der Spezies ja und zwar der Derbis den wir wieder nicht finden so werden gibts ihn dir dann gibts ihn dir einen anderen du hast kein Glück dieses Jack der Spezies ich versuch nochmal du hast kein Glück dieses Jack der Spezies dann gibts ihn dir einen anderen mehr ja kein Glück dieses Jack der Spezies es gibt wohl nur den hab auch noch kein Glück wirklich ach jetzt kriegen wir mal den Geflugameise eine geflügelte Aalameise schwach und einfach zu besiegen will ich dich nicht schwärmen die hast du nichts angreifen ja die nehm ich dann eher die hat lange gedauert ne bis man das immer kriegt was die macht noch nichts für mich wie viele hast du mich gefangen ja 22 ich will noch mehr ich schlappe sie einfach an dann werd ich wie mehr haben wir die Pflugameise jetzt gekriegt da musst du echt immer wieder drücken und wie doof weil wir ihn dann immer auf Gebieten wo wir nicht mehr sind wir haben keinen Derbis mehr als Gegner seit längerem nicht mehr ganz egal wie viele Schlachten wir gewinnen die Männer vervielfachten sich immer weiter je mehr ihre Truppen wachsen desto weniger Zeit haben wir das ist doch schlecht das ist doch schlecht Prozessin Shami sieht richtig erschöpft aus daran sind der Hauptbefehlstab und Graf schuld ich bin mir nicht sicher ob sie nicht das ganze geplant hat auf jeden Fall werden sie bald für Samples mobil machen auf Graf gibt es doch nichts mehr zu tun dann sind Truppen ja zur Verfügung egal ob Mann oder Insekt wenn du mal von den Männern infiziert bist dann war's das doch der Hauptbefehlstab behauptet sie könnten sie zurückschlagen wie auch immer sie müssen realistisch werden ja das ist nicht so einfach aber die schaffen es schon mit unserer Hilfe können wir das schaffen ich hörte Shami sei in Ohnmacht gefallen sie opfert ihren Leuten ihre eigene Gesundheit und dann gibt es den Prädenten von Graf kümmert sich nur um sich selbst was für ein Falkling er ist kein Führer du bist doch meiner Meinung oder Finae ja fang ihre diese Enkel in der heiße diese Menace taucht gleich nach der Botschaft Violes auf das muss irgendeine Falle sein aber wir können diesen neuen Haufen Menace nicht einfach freie Bahn lassen selbst wenn es eine Falle ist haben wir keine andere Wahl als dich da raus dich da runter zu schicken bitte kehre halt zurück werden wir tun dich später verschollene Angriffsteams städte dir an die Menace fallen nichts als schlechte Nachrichten in letzter Zeit aber Graf wurde zurückerobert wenn das keine gute Nachricht ist dann weiß ich es auch nicht mehr ich mein Graf ist Menace frei ja außer man hat eine Patrouille macht er nicht was ja ein Witz daran ist aber egal Finae lass mich nicht untersuchen keine Angst Abfahrt zu bringen war immer schon ein elementarer Aspekt der Wissenschaft ich hab schon was vor tut mir leid wir haben schon was vor genau ich bin bei Violes Einladung besorgt selbst wenn ich versuche dich aufzuhalten wirst du gehen als Versuch erst gar nicht wenn du gehst dann sei bitte vorsichtig was wolltest du mich eigentlich fragen ich wollte nur das von dir erfahren ihr habt ja nichts ermittelt in der Zwischenzeit ne nicht wahr? Bajo hat sich in der Zeit rangemacht du hast ihn zu vergessen oder? naja Finae ist ihm noch nie persönlich begegnet bisher glaub ich in Zeiten wie diesen solltest du mich fragen ich habe nicht alle Antworten aber wenigstens ein paar ja dann hast du dir noch gar nichts rausgefunden in der Zwischenzeit hey was willst du mich halt wissen? ja nur das was du noch nicht weißt darüber will ich gerne mich halt wissen weil wir alle oft Einträge bisher haben oh was ist denn los? ich sehe doch dass du dich für so interessierst ich werde dir alles mit mir erzählen was willst du reden? über... nix bis zur Ohnmacht zu schuften und den Leuten Sorgen bereiten Shami hat als Führerin versagt mein Großvater hätte so etwas niemals zugelassen du meinst er hätte den Leuten keine Sorgen gemacht? denen war es doch eh egal ja genau aber es ist doch egal was mit ihm passiert unser Sektor-Präsident er denkt nur an sich selber wurde ja gesagt eben willst du das Zeug ausprobieren? nö es gab eine Menge Berichte über Soldaten die infiziert wurden und daraufhin investierte Infizierten deshalb ist die Panik groß neulich wurde ein Soldat von seinen eigenen Nachbarn erschossen sie waren nicht mal sicher ob er infiziert war oder nicht wir haben offenbar nur dasselbe zu sagen die beiden außer außer die Präs... die hat immer was anderes zu erzählen noch zu viel nehmen und zu so das ist der Übungsraum wenn wir kurz zu kämpfen werden wird es erfragt nicht die Typ da drüben wenn wir nicht die kurz zu kämpfen hätten dann wären wahrscheinlich längst noch tot oder wären eine Menace und würden jetzt hier rumlaufen als Menace auf ein Job hat hier na ja aber kann man nicht es gibt doch kein Sieg dafür um ein Menace rumzulaufen das gibt es in dem Spiel nicht wenn man einfach wählen kann wie man will und das gibt es nicht nachdem Agitato für Strategie bedeutend erklärt wurde lassen wir auch dort hingehen da hat als erstes noch nicht mehr frei funktioniert können wir nebenher nach Sampley schicken ja ich finde das schaffeln das sind seit wie immer aber wir machen wir weiter mit der Desmission wir haben eine Hauptmission neu freigeschaltet ja haben wir ein Movindo das wäre die letzte Hauptmission für Agitato Inversiven der Menace wäre das Schwierigkeitsstufe 6 9300 Erfahrungspunkte 3600 Theos bringen das aber wir machen erstmal die Nebenmissionen Schlacht im Mienenfeld Schwierigkeitsstufe 6 4400 Erfahrungspunkte 2000 Theos 6% THR oder auch die Mission eine unschlagbare Menace auch Schwierigkeitsstufe 6 4400 Erfahrungspunkte 200 Theos und 6% THR machen wir keinen Unterschied was wir machen also können wir auch von oben anfangen nehmen Schlacht im Mienenfeld und machen die Schlacht im Mienenfeld Irgendwie haben die Menace Mienenfelder im Tal von Desiree aktiviert und die Aktivitäten in dieser Gegend schwer beschränkt vernichte alle Menace um den Weg für ein Mienenräumkommando freizumachen vernichte alle Menace im Tal von Desiree Landminen explodieren wenn du sie berührst Landminen sind auf dem Radar grün dargestellt Achtung meine Güte müssen wir uns auch noch hier durch reverse Minen bewegen na dann das kann ja weiter werden ne aber wir machen das wir schaffen das wir sind ja immerhin viele die Rettung der Menschheit also wo ist das Problem he kann man auf jeden Fall den Mann nehmen das hängt mal gut an war direkt reingelaufen gleich mal zu Beginn so ok aber fein aber ich bin jetzt eben nicht mehr sein ok wir haben die Teilevernichtung in der Menace in diesem in dieser Gegend bestätigt oder in diesem Gebiet bestätigt ah ah was haben wir da was hat das denn er wisst was wollt der von mir was wollt der von mir mal gucken ob er hier gut durchkommen he da na dann kriegen wir mit den links dann geht zurück ah war eine Mine da bei dem Ich hab' ja nicht gesehen ey, ich hab' ja nicht drauf geachtet, du hast ja nicht drauf geachtet. Okay. Die Metallvernichtung der Männis in dieser Gegend bestätigt, das ist es. Ah na, Ration. Ah. Ah. Warte. Hinter mir. Das ist auch vieles von hinten. Ja, das war jetzt klar. Musste jetzt passieren, ne? Das musste jetzt leider so passieren. Weil wir ja diesen Ration haben wollten. Ja. Muss ich jetzt da lang, oder was kann ich da auch da lang? Nee, kann ich nicht. Dann muss ich jetzt da lang. Ah. Üh. Ja. Ja. Komm schon. Männisst du 20 Prozent vernichtet? Ja, genau. Männest du 20 Prozent vernichtet? Ja, genau. Das wollte ich sagen. Habe ich auch gesagt am Ende, aber anfang nicht. Ok. So. Ach, hier. Was mach ich denn? So. Ja. Operation ein, nehme ich gerne mit. Auffassen, wo bin ich hier? Uh, hab... Wäre fast reingelaufen. In das Minenfeld. Ich will doch... Ja, brauchen wir auch vielleicht wieder Medikits-Aubwechslung in dieser Mission. Die meine Eins-Wieligkeitst du vorher. Merkt man wieder sofort. So. Im Teil fände ich meine Medikits-Aubwechslung dagegen bestätigt. Tja. Das freut mich. Aufpassen. Wie lang läuft. Habe ich jetzt nichts übersehen? Ne. Gott. Ok. Hä? Ah, man weiß ja nie. Da war ne Mine. Nehmen wir die Zaufwechslung mal wieder. Ja. Ja. Was wollte der? Was wollte der? Ja. Da hab ich mich reingelaufen. Hab mich nicht gesehen. Nicht aufgeachtet. Zu wenig. Verdammt. Ey, was war das denn? Meine Güte. Da muss ich mal aufpassen. Wollte mal aufpassen, dass ich hier vielleicht jetzt mal das mache. Ja. Verdammt. Oh. Nehmlich haben. Ja. Uns geht nicht so gut. Wenn wir unser kostenloses Medikit mal aufbrauchen. Wär das ne angewärten Idee. Oder nein. Ich nehme das Angebot nicht wahr. Weil wir jetzt was bekommen haben. Ja. So. Weg. Ja. 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 Wir haben die Italien, wenn ich denn am Ende ist in dieser Gegend bestätigt. Was macht mir dieses Räumungskamano eigentlich? So. Okay. Wir sollten das gleich mal einsetzen. Ja. Oh. Praktisch. So. Ja. Nein. Okay. Ich glaube, da wären ein paar mehr. Na, nein. Ah. Ich brauche wieder ... Verdammt. Dann will ich den noch haben noch. Jetzt kann ich noch mal. So. Okay. Uh. Also wir fühlen, dass wir alles bekämpfen müssen. So. Wir sind am Ende. Mäßle. 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 So. Uh. Glück gehabt. Uh. Und hier wieder los, ey. Ah, es berichtet sich langsam. Da ist noch einer, den wir hier noch haben. So. Vernichtung der Mäler ist bestätigt. Ich werde sobald wie möglich eine Einheit zur Beseitigung der Landmeer finden. Gute Arbeit. Ja, wir haben es geschafft. Ah. Ja, spezielle Wertung war ja richtig schlecht, denke ich. Ja, Note C. Sieben Stück. Sieben zu... eigentlich viel zu viele. Aber egal, wir haben es trotzdem geschafft, diese Mission. Viel Eistufel gestiegen, das freut mich auch immer. Kann man jetzt Originals verteilen. Gibt natürlich auch nichts, keine weitere Dialoge. Irgendwie Spräche. Ah, wir haben aufgehört. Da. Haben wir aufgehört. So. Ah. Wir können bald, ne, ne, nächste Level Waffen erreichen. Aber wir haben noch ein bisschen was zu tun. So. Okay. Haben wir gemacht. Und damit war es das mit dieser Mission schon. Wo ist der Roboter? Da ist er. Will zu speichern. Ja. Weil wir am Ende der Mission sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt nie mal an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Dramat. Dramat. Dramat.